Teuthebat II. war König der Franken mit Residenz Metz somit in Austrasien. Er war der älteste Sohn des Königs Eiltebat II. und folgte ihm nach dessen Tod 596. Er wurde bereits 589 von seinem Vater als Regent nach Metz entsandt, während sein jüngerer Bruder Teuderich II. in Chalon S. O. eingesetzt wurde, womit für eine spätere Teilung des Herrschaftsgebietes in Austrasien und Burgund bereits die Weichen gestellt wurden. Nach Charles Teberts Tod standen beide Brüder wohl erst unter der Regentschaft ihrer Großmutter Bruni Schilde, deren Macht aber bröckelte, als sie die Abwehr der Awaren, die in Thüringen eingefallen waren, nur mit Geld erkaufen konnte. Die geplante Teilung des Landes wurde vollzogen. Die dringend erforderliche Solidarität der beiden austrasischen Brüder blieb jedoch erst einmal erhalten. Im Jahr 600 gelang den Brüdern in der Schlacht von Dormelles ein entscheidender Sieg über ihren Onkel Clothar II. in Neustrien, der dessen Herrschaftsgebiet auf das Land um Ruen, Bowe und Amins begrenzte. Der darauf folgende Feldzug nach Süden gegen die Basken, die in das Land eingefallen waren, endete 602 mit der Errichtung des Grenzherzogtums zwischen Pyrenäen und Garon, die spätere Gaskon. In der Folge gerieten die Brüder jedoch wegen der vorgenommenen Aufteilung des väterlichen Besitzes in Streit miteinander. Der erste Schritt war, dass Teudebert sich 604 an dem neu ausbrechenden Konflikt mit Clothar nicht beteiligte. Im Jahr darauf konnte ein Krieg zwischen den Brüdern gerade noch vermieden werden. In der Folgezeit suchte der ältere Verbündete zu gewinnen, was dem Jüngeren aber mit Unterstützung seiner Großmutter vermutlich besser gelang. Da Teudebert sich 611 mit einem erneuten Überfall der Awaren auseinanderzusetzen hatte. Im Jahr zuvor hatte ein Versöhnungsversuch in Sels im Elsass zu den Grenzstreitigkeiten nur deswegen ein Ergebnis gebracht, weil Teudebert mit einem Herr angereist war und seinen Bruder dadurch das Gewünschte abpressen konnte. Nach der Aufstachelung der Awaren konnte sich Teuderrichter Neutralität Clothars versichern und schließlich im Jahr 612 offensiv werden. Teudebert unterlag seinem Bruder bei Thul und Zülpich. Er und seine Söhne gerieten in Gefangenschaft und wurden getötet. Familie Teudebert II war zweimal verheiratet. Seine erste Ehe schloss er 600 mit Biele Hildes, die er 610 eigenhändig ermordete. Seine zweite Ehe im Jahr des Mordes mit Teude Hilde. Mit seinen beiden Frauen hatte er vier Kinder. Eine Tochter, die 604 erwähnt wird, als sie mit Adalhult verlobt wurde. Eine Tochter, die 612 erwähnt wird, beides Kinder Biele Hildes. Clothar, der wohl auch ein Kind Biele Hildes ist. Merovech, einen Sohn Teude Hildes, der 612 geboren wurde und noch als Säugling von den Feinden seines Vaters an einem Felsen zerschmettert wurde. Siehe auch, merowingischer Bruderkrieg. Das ist ein Kind Biele Hildes, der 612 geboren wurde und noch als Säugling von den Feinden seines Vaters an einem Felsen zerschmettert wurde.